Heute senden wir Ihnen in alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Helene ist enttäuscht, dass ihr Geheimnis nicht mehr im Schloss liegt, freut sich aber auf Instagram darauf. In nur wenigen Minuten haben wir über 18.000 Liedes für diese tolle Webinachricht erhalten. Vor allem Fans von Helene Fischer können beruhigt sein, trotz glücklicher Mutter kann sich die Sängerin auch die nächsten Monate freuen. Sie wird sich weiterhin der Musik widmen. Um keine Neuigkeiten zu verpassen, klick bitte auf den Like-Warten und abonniere den Kanal. Wir laden Sie ein, einen Blick auf die heutigen Inhalte zu werfen. Florian Silbereichen hat mutig die Wahrheit gesagt. Bestätigung der Schwangerschaft. Der Bauch von Baby Helene ist zu sehen. Helene Fischer, Deutschlands größter Post-Star, freut sich über ihr erstes Kind. Sie ist voller Liebe. Helene Fischer, 37, bestätigte ihre Schwangerschaft in emotionalen Worten auf Instagram, die Bild exklusiv mitteilte. Beten wir, dass Helene Fischer bald gesund zur Welt kommt, damit sie weitersehen kann. Nun, jetzt ist es raus, schrieb sie. Und, darüber freuen wir uns schon lange und es geht mir super. Denn ich kann mit Stolz sagen, ich freue mich riesig auf die kommende Zeit. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl. Ich zünde Ihnen so viel Liebe und danke Ihnen allen für Ihre netten Worte und Glückwünsche. Seine Helene Live-Konzerte sind für 2022 geplant. Am 26. und 27. März gibt es die 2 Open-Air-Konzerte in Brindelwald, Schweiz. Hinterladen Sie unten einen Bewerbungs-Kommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können.